Das U-Profil. Da auch ein späterer Einsatz von Striegeln bei höherem Durchgang und abgehobenen Zinken üblich ist, setzen unsere Konstrukteure beim Ackerstriegel 1200 M1 auf U-Profile. Dies bietet zwei Vorteile mit sich. Der eine Vorteil ist, speziell beim Auskämmen von Glättenlabkraut oder Wicke bei abgehobenen Zinken, dass die Kulturpflanze vor einem sogenannten Köpfen geschont wird. Des Weiteren befinden sich die Windungen der Zinken im Inneren des U-Profils und daher bleibt auch die Kulturpflanze vor einem Einklemmen verschont.